Beide Arme immer... das ist natürlich, ne? So, und jetzt einmal ganz kurz überlegen, bin ich richtig? Wer sagt ja? Gut, du gibst mir näher einen aus. Hier, guck mal, hier ist kein Kreis. Ihr müsst da noch rein. Ein bisschen nach hinten. Gut, und jetzt wirst du noch wissen, wo Füße und Hände sind, ne? Und die Ohren. Okay, ein bisschen wackeln. Könnt ihr noch ein Stück rutschen? Rechten Arm schon mal nach oben. Und rein. Links. Schneller. Drehen. Und... Anstrengung. Oh, ho, 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 oki, 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 oki. Oh, ho, 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 oki, 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 oki. Hey! Ein, zwei, drei, seines laufen. Zieh den rechten Fuß, schneller, schneller, schneller. Bronze in den Ohren. Schneller. Oh, oh, okie, okie, okie. Oh, okie, 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 okie. Oh, okie, 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 okie. 1, 2, 3, 3 mit der Seite. Und jetzt TIEF. Jetzt geärgert noch 99 Mal. 98. Du bleibst gleich unten. Oh, du stehst nicht schimmeln. Nicht schummeln. Wir waren jetzt, glaube ich, bei 99. Achtung, es geht schnell. Auf die Kleinen aufpassen, keine Hörner. Okidoki, 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 1, 2, 3, 3, mit dabei. Reinspringen. Hey, alle Hände mal so Richtung Mitte. Und jetzt. Viel zu leise, ihr könnt das noch viel lauter. Und jetzt, dass die Wände wackeln, dass das Held wackelt. Super. Und jetzt folgt eine Entspannung für die Kinder. Ja? Nein. Was? Ja, quasi. Nein, nein, nein. Nein, wir zählen mal von 10 runter, vielleicht passiert ja was. Okay, wollt ihr mal von 10 runter zählen, könnt ihr das? Nee. 10. 10. 9. 8. 7. 6. 4. 4. 3. 2. 1. Start. Jungs, ihr seid der letzte rein. Oh, oh.